So, guck mal, du musst fahren, ich bin hinten. Oh ja, ich weiß. Ich seh das, stell dir vor. Echt, ich seh das nie. Okay, ich komm zurück. Alles klar, Fall kommt. Da gewinn ich nichts mehr. Oh! Jetzt ist deiner. Nein, noch nicht vorbei! So, vorbei, der wäre reingegangen, wenn der Typ nicht da gewesen wäre. Oh oh. Oh, Mann ey. Dö. So, ich fahr wieder ins Tor. Oh oh. Das ist sogar ein Torschuss gekriegt. Oh. Nice. Wie hast du das angestellt, ey? Hat der ihn wiedergehalten? Ja klar. Jetzt aber, komm. Nein! Da ist niemand. Nein! Warum? Ja, was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. Da hat halt noch einer gefehlt. Kotz dich, Hans, ich bin immer über den Ball rüber geflogen. Oh! Nein! Der hat ja sonst wo in die Ecke geknüppelt. Höhen. Bleib doch drin! Da hast'n. Ja. Mit da hast'n kann ich arbeiten. Ja gut. Merk schon. Bin nur gefahren, ne? Ich hab nicht geschubst oder irgendwas. Bin nicht gesprungen. Ja, ja. Bin nur gefahren. So, du musst fahren. Ich bin hinten. Ei, ei, ei. Ey, ehrlich? Du bist grad alleine? Kommst du zurück? Scheiße, ja der Ball hoch. Nicht so praktisch. So. Oh! Einen zerfahren, anderen weggefahren. Ich bin da richtig amok gelaufen gerade. Mist. Ah, schön. Oh, nice. Ah, schade. Zu hoch. Der Winkel war geil. Oh, was? Oh, Feuer erwischt leider. Sorry. Oh, gut, dass der gerade vorbei gesprungen ist, doch. Oh, oh. Ehrlich jetzt? Wie viel Glück kann man... Alter, ich hasse sowas. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass der zielen konnte so. Doch. Nix da. Keine Chance, dass du genau den Winkel am Ball, wo du ihn treffst. Nee. Doch. Das ist reines Lack. Nein. Ich mach da auch so Tore. Oh. Wo ist der? Oh, Alter. Der hat da richtig losgeprügelt. Oh, schön. Ja, wenn er mal... Oh, was? Wie hat denn der den errischt? Jetzt du, jetzt du, jetzt du. Lol. Na ja, hier. Ey, es klappt nicht. Jedes Mal. Oh, schön. Oh, scheiße. Ey, Fox. Ja, was soll ich machen? Bleibt drin. Ey, ich bin doch da. Jetzt, du. Tor, komm. Ja, ja. Ja, oh. War so klar, ey. Und nochmal oben ran. Oh. Keine Chance. Verfickter Scheiße, Mann. Wie geht denn das? Oh. Oh, Gott. Ich raste aus. Alter. Oh, Fuchs. Oh. Du warst gerade unter mir. Ich weiß. Hat doch gut geklappt. Oh, schön rüber drückt das Ding. Oh, ja. Na ja, jetzt ist es nicht schnell. Ah, Dreck. Pass auf. Die können auch mit Winkel und so. Nice. Okay, cool. Oh, gut. So geht es auch. Nee, da gleich wieder rüber. Ist doch schön. Was? Ich verarsche? Ich komme ja auch gerade auf Arschfeuer. Was ist er denn? Ja. Oh, schön. Verlängert. Ja, leider Gottes keine Kontrolle über mich, weil ich weggerampft wurde. Ja. Oh. Oh, was? Ja, der hat ihn von der Decke geholt. Ja, ist hier vorbei jetzt. Was ist denn noch? So. Okay. Kann denn der so weit zu uns fliegen verfluten oder eins? Oh. Nein, ich war wieder nicht schnell genug. Oh, Mann. Immer das gleiche mit dir. Oh. Ja, ich tue hier gerade wie ein... Oh, Mann. Oh. Gibt es doch einfach nicht. Bleib hinten. Oh. War fast ein Eigentor von ihm. Gerade. Oh, du dumme Sau. Fuck you. Oh. Oh. Oh, ich bin wieder Matsch. Ich kann nicht mehr. Na, Tor? Nee. Was ist er denn? Alter, sind das ein paar Piloten schon wieder. Ich hasse sowas. Ach, fuck. Ja, bei zwei Leuten, die gleich im Tor stehen, wenn wir kommen. Oh. Hey, guck dir das mal bitte an. Was war denn das für ein Schuss gerade? Willst du mich verarschen? Hey, guck mal. Das war der Drachenschuss von Subasa, Junge. Oh, zwei Leute mit ihm mal raufschießen. Oh, Mann. Aber die waren nicht schlecht. Oh, lol, Alter. Oh, lol, lol. Was für ein Bullshit.